Wie viel kosten Switch-Spiele in Japan? Also eine Sache kann ich sagen, wir werden übelst abgezockt. Währenddessen bei uns das neue Zelda bis zu 70 Euro kostet, wieso auch immer die Download-Variante mehr kostet, ich werde es nie verstehen, ist wirklich der maximale Preis, den ich in Japan gesehen habe und ich habe es auch deutlich öfter günstiger entdeckt, 7.520 Yen, was umgerechnet 50 Euro sind. Ganz klar!